Den Gegner etwas verunsichern, weg von den Standard-Taktiken, weg von den Bekannten, die man für uns zeigen hat. Henske spielt wirklich eine sehr starke Partie bisher, in jeder Runde entscheidende Frags gelandet. Aber jetzt L-Type, Glück gegen die AWP, dass die AWP verzogen hat. Aber jetzt kommt JFC, die nächste AWP. What? Okay, mit einem Wallbang. Nein, 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 nein. Was?